Was haben wir denn hier? Bellkatze. Bellkatze auch mit Triple Screen unterwegs. Es hat nur für den Sitz vom Schrottplatz gereicht, aber man hat sich Asus Bezelkits gekauft. Da waren die 170 Euro, waren gut investiert. Kappi? Entschuldigung, den musste ich jetzt bringen. Den fand ich selber schon witzig, als ich den im Kopf hatte. Aber das ist schick. Das ist schön aufgeräumt. Das sieht nach Mosa aus, ja. Das sieht nach Mosa aus, was verbaut wurde. Interessant, interessant. Was ist denn das für ein Wappen da oben? Ganz schön. Aber das steht ja hier. Monitor. Mosa R5. Ah ja, hier steht es. Guck. Sitz vom Opel Omega. Ah ja. Einfach vom Schrottplatz geholt wahrscheinlich. Aber das ist richtig gut, Bellkatze. Das finde ich schick. Super simpel gehalten, schlicht. Kabel ist auch ordentlich verlegt hier an der Seite. Nix da so irgendwie dazwischen. Schön. Smoker. Ey, sag mal Smoker. Willst du mich verarschen? Kommst du hier jede Woche mit neuen Videos, äh, Bildern? Aber so dieses silberne Ding ist ja auch wild, ne? So, alles in Silber. Hier oben wurde nochmal ein Monitor extra hingestellt. Wild. Ich glaube Smoker streamt aber, ja, Smoker streamt auch, ja. My Style Haze. Ah ja. Switch IT. Ist auch ein schönes Ding hier. Das finde ich nicht so schick, aber manchmal ist es einfach so, ne? Der gute Schachtisch. Mann, Mann, Mann. Der gute Schachtisch, ey. Auch ein schönes Trick. Smoker hatten wir ja schon. Ist auch wirklich schick. Schick, schick. Thorsten. Was hat Thorsten denn hier? Das sieht auch sehr aufgeräumt aus, muss ich sagen. Oh, das hier. Was ist das denn hier? Schmetterling? Monitore? Ich flieg los, kleiner Freund. Da wird eine Simmo Cube gefahren. Race Logic sehen wir noch. Denso Flag. Oh, da hat sich jemand von Position Simmo Engineering hat da mal zugelangt. Da unten hat die gute Buttonbox gekauft. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Die Nachbarn freuen sich immer über das blaue Licht draußen. So viel steht schon mal fest. Aber das ist auch wirklich schöner Raum. Alles dunkel da drinnen. Ganz hübsch. Wirklich ganz, ganz toll gemacht. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir, der Raum dazu. Thorsten auch Schnieke. Guck mal, Zivi hat hier nochmal seinen Rig oben in der Bude gepostet. Mit seinen Regalen. Wen haben wir denn hier? Dampfhände. Ah, guck mal. Dampfhände ist Team, ich schiebe meinen Monitor an die Wand. Das fand ich ja auch geil, wenn Leute sowas machen. Hier ist auch CSLDD. Klappsport mit der... Warte mal, hat die Klappsport nicht normalerweise? Drei Pedale? Hat da jemand modifiziert und eins rausgenommen? Oder kriegt man die auch zu zweit? Oh, das sieht aus wie Gartenhandschuhe. Aber ist auch Schnieke. Der Stuhl steht, glaube ich, so einfach auf dem Boden, ne? Wie es aussieht, ja. Ja, Hauptsache rennt der Lörri. Das ist auch Schnieke. Einfach und gut. Äh, Forstklaz haben wir noch. Forstklaz fährt, äh... Auch ziemlich aufgeräumt. Simpel und gut. Warum steht da hinten ein Pedal? Das sieht von der Perspektive aus, als wenn das daneben steht. Äh, Simmagic Alpha Mini geht die viel wählen. Housing Welt, äh... Sprint Team, Rentner, Hinspar. Oh, geil. Ah, ja. Was haben wir denn hier? Ice-T-Papi. Oh, Ice-T-Papi fährt mit dem wahrscheinlich angenehmsten Lüfter EU-West. Oh, aber Ice-T-Papi fährt, glaube ich, F1-Position. Jo, das ist F1-Position. Da wird viel Formel 1 gefahren. Aber wer hätte das gedacht bei Lewis Hamilton im Hintergrund, ne? Oh, das finde ich auch immer sehr interessant, wenn Leute so fahren. Es sieht, äh... Oh, unten noch eine kleine Lampe unten drunter. Das sieht mir nach, äh... P1000 aus. Auch hier, die Kippschalter finde ich so geil, wenn Leute sowas haben, ne? Die Anlasser. Schön, okay, nice. Sexy. Schön und Stream Deck dazwischen geknallt. Na gut, die meisten Leute haben ja mittlerweile ein Stream Deck am Ding. Geiles Mausplatt übrigens. Heiße Schenkel. Heiße Schenkel, mein Freund. Okay, E-Nex. Was haben wir denn bei E-Nex? Oh, ich beneide jeden, der sowas hat. Mann, ich kotze jedes Mal, dass ich das nicht habe. Brrrr. Oh, warte mal kurz. Da ist ein Mauspad-Tray unten drunter. Oho. Da hängt noch ein Tablet daneben. Hier ist noch ein Shifter drin. Jo, aber auch Schnieke, ne? Außer mit der Kabellange, du. Kabellange können wir mal noch ein bisschen aufräumen, E-Nex, ne? Oha. So batten. Boris Schmolors, glaube ich, heißt das, ne? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist scheiße clean. So, ich wette mit euch. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ich mache Windows-Updates, sitze gerade im Rig, wollte fahren. Ich gucke mir auf YouTube, gucke ich mir gerade an. Oha, Dizzy hat sich Zuschauer-Rigs angeguckt. Wo muss ich hinposten? Na klar, ich stehe kurz auf. Ich mache ja eh Windows-Updates gerade. Dauert ja noch zwei Stunden. Okay, das sieht aber auch sehr clean aus, ne? So, auf den ersten Blick. Hier. Ist das alles Holz oder so? Ja, ist wie Holz, ne? Aber wirklich schön. Schön aufgeräumt. So, was haben wir denn hier? Jalgen. Das sitzt auf dem Schreibtisch drauf und ist wahrscheinlich wie der Verschiebe-Monitor, oder? Der hat einfach keinen Monitor-Stand, sondern hat das auf dem Schreibtisch gepackt. Geil. Das sieht nach Rechtslenker aus. Sind wir hier beim Driften zufällig? Gibt es hier eine Handbremse? Jo, Handbremse und Shifter. Wir haben einen Drifter gefunden. Ich würde sagen, wir haben einen Drifter gefunden. Das sind auch VHS-Pedale, würde ich sagen, ne? Was steht denn hier? Ah, ne, sind die C-Pedals tatsächlich. Buzzshaker, Zweifachhandbremse, No-Name, DIY-Shifter. Okay, cool. Driften mit Open Wheel. Ne, du hast dich verguckt, weil hier ist noch ein rundes Wheel irgendwo. Da oben ist es. Da oben ist es. Mager, du musst dir auch die ganzen Bilder angucken. Oh, ach. Du musst doch mal die ganzen Bilder gucken. Tsss. Marcy Mark, ich grüße dich. Aber du hast recht, hier wird er wahrscheinlich gerade nicht gedriftet haben. Aber es ist halt ein Rechtslenker. Und der Foff sieht komisch aus, weil die Lenkräder nicht zusammenpassen. Das sieht so aus und das Wheel so. Naja. Vielleicht ist es auch einfach entspannt durch die Stadt, Togga. Das kann auch sein. Mann! Ach, racer wieder, ey. Wen haben wir denn jetzt hier? Marcy Mark. Wir lesen mal noch nicht, was hier dran ist. Es ist rollbar. Okay. Ey, dieses Schwarzlicht ist echt so ein Ding, ne? Oh, ja. Hier ist noch Schwarzlicht dran. Wird das alles über eine Playstation betrieben? Oder Computer? Also, boah, wild. Das müssen wir gleich mal erlesen. Oh, ich bin so neidisch auf diesen Shifter. Bin ich neidisch. Das sieht aus, als hätte jemand einen sehr großen Einkauf bei Denso getätigt. Das sieht aus nach einem großen Einkauf bei Denso. Wow. Wow. Uff. Ey, Schwarzlicht ist ja wirklich mal ein Burner. Ui, das sieht richtig gut aus. Holy Moly, Junge. Da sind zwei Buttkicker dran. Ah, die wurden hier an der Seite angebaut. Okay. Wow. Hier ist auch noch einer dran, ein Buttkicker. Okay. Das ist wirklich sehr schnieke. Kabelmanagement lassen wir jetzt mal außen vor, weil hier wurde echt sehr, sehr viel verbaut. Aber ich frage mich immer noch, was das hier macht. Ach so, das wird wahrscheinlich von Out... I don't know. Ich habe keine Ahnung, was die da macht. Die leuchtet den Fernseher an oder so. Weip an Nils Schwarzlicht. Schwarzlicht, das fühle ich ein bisschen. Oh, ich bin so neidisch auf den Shifter. Der ist wirklich super sexy. Jo. Schön. Das ist ein sehr... Oh. Sehr schönes Rick. Hier wird gesammelt. Baga, kann das sein, dass ich meine Regale die ganzen Jahre über falsch angebaut habe? Ich habe die nämlich immer alle andersrum angebaut. Oh. Gehören die? Sind die richtig rum so? Sind die richtig rum so? Kann das jemand bestätigen? Nee. Okay, gut. Ja, dann war er einfach ein Fünffert und hat die für sich umgedreht, dass die passen. Okay, gut. Ich war gerade... Ich habe gerade in Frage gestellt, ob ich richtig gemacht habe. So, aber wir gucken mal ganz kurz rein. Ah... Du, du, du. VHS, Increase Zero Koppelung, Flyer, Funtbremse, Simbad, G7, Shifter, 27 Terrell, 2 Buttkicker, DRI, all right.